Startposition Schlägerkopf nach oben, stehe hüftbreit parallel zur Linie und die Füße zeigen zum Netz. Bewege Schulter und Fuß schräg nach hinten. Führe die Schleife bis hinter den Körper zur Grundposition aus. Setze gleichzeitig den rechten Fuß in Schlagrichtung nach vorne und beuge die Knie. Knie strecken beim Schlag und der Oberkörper bleibt seitlich. Treffpunkt seitlich vor dem Körper treffen, Knie nahezu gestreckt, schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Endposition Lasse den Schläger bis über die rechte Schulter laufen und verlagere dabei dein Gewicht vom hinteren auf das vordere Bein. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Führe die Schleife bis hinter den Körper aus. Trainingsaufgabe. Spiele gezielt auf eine Hälfte des Platzes. Erst Cross, also diagonal und dann Longline, geradeaus. Fünfmal hintereinander das richtige Feld getroffen? Na dann, weiter geht's!